In diesem Video geht es um Nikolaus Kopernikus. Ich erkläre dir, wer Kopernikus war und mit welcher Theorie er ein veraltetes Weltbild revolutionierte. Nikolaus Kopernikus war ein polnischer Astronom, der im 15. und 16. Jahrhundert lebte. Er wurde am 19. Februar 1473 in Thorn, Polen, geboren. Kopernikus ist bekannt für seine bahnbrechende Theorie, dass die Sonne und nicht die Erde im Mittelpunkt unseres Sonnensystems steht. Diese Theorie war revolutionär, weil sie das damals vorherrschende geozentrische Weltbild infrage stellte. Kopernikus studierte an verschiedenen Universitäten in Europa, darunter auch in Krakau, Bologna und Padua. Er studierte Mathematik, Astronomie, Medizin und Jura. Neben der Astronomie arbeitete er als Jurist, Arzt und Kirchenbeamter. Trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen widmete er sich intensiv der Erforschung des Himmels und entwickelte seine Theorie über das Sonnensystem. Bis zur Zeit von Kopernikus glaubten die meisten Menschen, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und sich die Sonne, der Mond und die Sterne um sie herum bewegen. Dieses geozentrische Weltbild war durch den griechischen Astronomen Ptolemäus geprägt. Kopernikus war jedoch nicht zufrieden mit dieser Theorie und begann alternative Modelle zu entwickeln. Seine Beobachtungen und Berechnungen führten ihn zu der Überzeugung, dass die Sonne im Zentrum des Sonnensystems steht und die Planeten, einschließlich der Erde, sich in kreisförmigen Bahnen um sie herum bewegen. Diese Idee wurde als heliozentrisches Weltbild bekannt. Kopernikus veröffentlichte seine Theorie im Jahre 1543 in seinem Werk »De revolutionibus orbium cholestium« über die Umläufe der Himmelskörper. Kopernikus' Theorie stieß zunächst auf Widerstand, da sie im Widerspruch zur damaligen Auffassung der Kirche und der vorherrschenden wissenschaftlichen Meinung stand. Doch mit der Zeit gewann die heliozentrische Theorie an Akzeptanz. Astronomen wie Galileo Galilei und Johannes Kepler bauten auf Kopernikus' Ideen auf und entwickelten sie weiter. Heute ist das heliozentrische Weltbild die Grundlage unseres Verständnisses des Sonnensystems. Nikolaus Kopernikus starb am 24. Mai 1543. Seine Theorien veränderten die Art und Weise, wie die Menschheit das Universum und unseren Platz darin betrachtet. Soenteise 107. Vielen Dank.